Das Lied »Unser Genosse Kim Jong-un« wurde im Jahr 204 2015 geschaffen. Es wurde von »Di Ji Song« geschrieben und von »U Zong-Hui, Künstlerin des Volkes« komponiert. Das Lied drückt das absolute Vertrauen der Kodianer zum Staatschef Kim Jong-un aus, der ihnen Ruhm und Glück bringt. Kim Jong-un liebt das Volk sehr und entwickelt es zu glücklichen und stolzvollen Bürgern und die D-VK zu einem starken sozialistischen Staat. Deswegen singen die Kodianer mit großer Dankbarkeit gegenüber ihm gern dieses Lied. Mit dem heiteren Rhythmus und der freudvollen Melodie wird im Lied »Der Wille des koreanischen Volkes« dazu besungen, für immer Kim Jong-un als Symbol von Glück und Ruhm zu begleiten und mit ihm an der Spitze der Partei des Staates und der revolutionären Kräfte einen starken sozialistischen Staat aufzubauen. Mit dem heiteren Rhythmus und der Freude Mit dem heiteren Rhythmus und der Freude Mit dem heiteren Rhythmus und der Freude Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020